Musik 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 damit die Federn kann. Du kannst auch mal schunkeln. Du kannst auch mal schunkeln. Du kannst auch mal schunkeln. Der LW-E-Kauf, noch 20 Minuten bis zum Angriff. Der LW-E-Kauf, noch 20 Minuten bis zum Angriff. Jeder Schuss hat den Ball und den LW-E-Kauf, noch 20 Minuten bis zum Angriff. Jeder Ball. Der schießt aber auch noch 7 Meter. Aber trotzdem halt so. Der LW-E-Kauf, noch 20 Minuten bis zum Angriff. Dann hoffen wir mal, dass der heute spielt. Dann hoffen wir mal, dass der heute spielt. Wir machen auch nicht. Das ist dieses Video. Hier haben wir fünf. Arbeit. Das ist das Video auf den Kopf. Wir werden noch nicht. Wir machen eine Tonne. Wir machen auch nichts. Es gibt nur die Linne. Wir machen es 2.0. Ja! 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 Wir sind die Fans vom Rot-Weißes, ob lebendig oder tot. Wir sind die Fans vom Rot-Weißes, ob lebendig oder tot. Kerle in der Kiste, Samstag, letztes Heimspiel in der Liga. Man könnte sagen, über Essig scheint die Sonne und über Gelsenkirchen lasst die ganze Welt. Heute, also ehrlich gesagt, vielleicht die Möglichkeit ist auch im Fußball-Ruppehaus, weil andere Meister hier sind. Aber wir gucken natürlich heute auf das, was hier ist. Wir haben in der vergangenen Woche dank der Schutzhilfe aus Zwickau die Fresse eingeschafft. Großer Dank an die Schwäne, Ehemmänner. Hut ab! Die Fresse, 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 die Fresse mal zeigen, was geht, denn mit drei Puppen heute kann man sagen, wir werden auf die Spänegeheimnis angewiesen gewesen. Nein, wo warst du dahin? Fände ich gut. Was? Lass uns heute mal richtig anfangen und dann nächste Woche, wo wir uns noch mal auf dem Stadion machen. Jetzt wird mal sehen, ob die auch die Abstellung hören, bis an den Karten. Dann hätte ich nichts kriegen, also immer richtig Gas heute, unsere Aufstellung von Christoph Dawoski heute eingereicht. Im Tor, unsere Nummer 1, Jakob. Mit der Nummer 3, unser Kapitän Nummer 10. Mit der Nummer 8, Sennedy. Heute der Mann mit der Maske, Ron. Mit der Nummer 16, Mustafa. Mit der Nummer 18, Lawrence. Hier in Nummer 21, Exembro. Mit der Nummer 24, Sennedy. Mit der Nummer 30, E.T. Mit der Nummer 32, Domas Tobi. Und in Nummer 38, O.M.U.J.A.M.T. Auf der rot-weißen Auswegsebank, Felix Niedert, Felix Bastian, Björn Rother, Kempner Halsreiter, Simon Egelmann, Luca Wollschläger, Arben Rungo, Tom Müthel und Niklas Tader. Dann geht es uns allen noch ein solch geiles Fußballer-Mittag. Hoffentlich doch auch im anderen Stadion mit den richtigen Ergebnissen. Was steht vorangehift, hit ihr und dating prioritize? Und los kam. Lobbie. Geil! 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 Eben! Oh, Herr Witt! 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 Wie ein Mund fliegt, siehst du mich an? Ich bin so gern mit deinem Mann. Die Welt will ich, die Welt will ich, reist du und ich. Oh, Herr Witt! 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 Die Welt will nicht, die Welt will nicht, weißt du nicht, die Lüfte fliegt, so wollte ich dich. Die Welt will nicht, die Welt will nicht, weißt du nicht, weißt du nicht, weißt du nicht. Die Welt will nicht, weißt du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020